World Cup 2010 Brasil vs. Kote Ivoelure 20.06.2010 Selmkenzi Selçamkenzi Autor de Selçamkenzi Brasil hat im ersten Spiel einen mühsamen Sieg gegen Nordkorea geschafft und Kote Ivoelure einunentschieden gegen Portugal. Die Afrikner Kote Ivoelure wird diesmal aber wohl endlich mal auftrumpeln, denn sie haben das Zeug, auch Brasil zu schlagen. Ich denke, Kote Ivoelure wird das Spiel gewinnen.